Und wie gefällt es euch? Also wenn auch noch eine Bayer-Held stehen, sofort ziehen. Und jetzt noch mal euren Hochdeutsch. Jawohl! Was hast du dort gesagt? Wenn auch noch eine Bayer-Held stehen, sofort ziehen. Ja. Ja, wir hatten diesen schicken Einteiler dabei. Ist so ein Bohrer-Anzug, aber ohne Badehose. Wir haben eine Umkleidekabine dabei. Du musst raussteigen aus dem Deck. Du musst rauskommen. So lächerlich, Mann, ey! Mach doch mal weg! Mach doch mal weg! Mach doch mal weg! Wo ist mein Barthaus? Einmal kurz rauskommen. Wo ist mein Barthaus? Das heißt, das ist überhaupt nichts für Männer, so ein Anzug? Ne, überhaupt nicht. Das ist scheiße.